Gira Fakten Giraffen mit Fakten Hey Tommy Was denn Charlie? Wusstest du schon, dass es Leute gibt, die Angst davor haben zu schlafen? Man nennt diese Angst auch Hypnophobie? Was? Wirklich? Ja man, mein Cousin Kevin hat das Njam, njam, njam Höhö AAAAAAAA AAAAAAAA Ey, warum liegt ne Giraffe in mein Bett? Dir hat das Video gefallen? Dann lass ein Like da, abonnier diesen Kanal oder folge ihn, je nachdem auf welcher Plattform du bist für mehr Minecraft Shorts